In diesem Video zeige ich die Wörter, die entweder mit Doppel-R oder mit einem R geschrieben werden. Und es sind immer zwei ähnliche Worte, die nebeneinander stehen. Und die Bedeutung des Wortes entscheidet dann die Rechtschreibung. Wenn ein Schimpfwort gemeint ist, dann meint man der Irre, das schreibt man mit Doppel-R. Ist hingegen ein Bewohner des Landes Irland gemeint, der Irre, dann schreibt man das mit einem R. Ein erfolgreicher Künstler wird auch Starr genannt, das schreibt man mit einem R. Bewegungslosigkeit hingegen, das ist die Starrheit oder das Adjektiv lautet Starr, das schreibt man mit zwei R. Wenn jemand durcheinander ist, dann ist er Wirr, das schreibt man mit zwei R. Ist hingegen die erste Person Mehrzahl des persönlichen Führworts gemeint Wirr, dann schreiben wir das mit einem R. Die himmlischen Scharen, das sind die Engel, die schreibt man mit einem R. Ein Hund hingegen, der einen Knochen sucht und in der Erde scharrt, das schreiben wir mit zwei R. Dann haben wir eine andere Bezeichnung für Mann, Herr, schreiben wir mit Doppel-R. Wenn aber die Armee gemeint ist, das Herr, das kann man nur mit einem R schreiben, weil davor ein Doppel-Selbstlaut steht. Dann Irr, im Sinne von verrückt, schreibt man mit Doppel-R. Und die zweite Person Mehrzahl der persönlichen Führwörter, Irr, schreibt man mit einem R, weil davor ein stummes H steht. Dann kann man sich den Muskel zerren, das schreibt man mit Doppel-R. Wenn man aber von einem Vorrat etwas verbraucht, vom Vorrat zehren, das wiederum mit einem R. Und schließlich noch Geld kann man sparen. In dieser Bedeutung schreibt man das Wort mit einem R. Und die Sparren im Sinne eines Bauwerksträger, das schreibt man mit Doppel-R. Das waren wichtige Wörter, die entweder mit einem R oder mit Doppel-R geschrieben werden und sich nur hinsichtlich ihrer Bedeutung unterscheiden.